Hallihallo Löhle, zurück zu WoW. Weiter geht's. Wir sind immer noch hier... Achso, ja genau, da. Letztes Mal haben wir ja eine Anlegestelle da. Die Christenwaffen eingesammelt und so, äh, Geschätze. Genau, jetzt geht's hier weiter. Sind immerhin schon 17. Hm, schlecht. Und das Shuttle setzt wieder ein. Da-da-da-da. Genau, der war zum Pullen, oder? Habe ich nicht hier gehabt. Ich muss erst wieder kurz reinkommen, mit den Skills, aber das kennt er ja. Äh, habe ich schnell jemand drin. Ach so, müssen wir nicht kaufen. Ne, habe ich kaufen, ne? Die drei Getränke da. Gaspiert, hast du vielleicht? Alles. Beruf verlassen ich erst mal. Gemischt waren. Hey. Feuerwerksbundel, brauche ich jetzt nicht auch für irgendwas? Doch, da Feuerwerksbundel, mein ich doch. Das brauche ich doch. Das brauche ich hier. Da rüber, ne? Ach, da oben ist es noch. Da, geh mal da natürlich erst mal hin. Jo, halt jetzt mal mal da ein. Ich kann ja hier nicht wie bei ESO schneller ran. Das geht hier nicht. So kann man ja hier reiten. Aber hier kann man ja auch dann reiten. Jetzt war es schneller. Oder nachher fliegen. Aber später. Ja, ich muss nicht rüber. In dem Jäger, äh, Tierherrschaft, hat im Moment der Krieger Waffen auch sehr gut gefallen. Sehr gut. Muss ich hier sagen. Furo, ja. Vorteil 2. Zwei Waffen tragen. Aber falsch für den Skills halt. Dauert mir nicht mal. Hat dann manchmal auch ein bisschen cooldown. Oder ist ein bisschen blöd. Äh, klicken wir uns drauf. Gucken wir mal ein paar, dass wir es. Probier gerne Sachen aus. Probier gerne Sachen aus. Oh mein Gott. Kollege. Na los. Bäumchen wechsle ich. So. Geht doch. Äh. Äh. Oh je. Das ist ein ganzes Stück noch. Äh. Muss ich hier durch? Schleichen? Ja, ne. Wie läuft der gut aus? Äh. Und weiß ich nicht. runter kommt man ja immer. Ich bleib erstmal hier oben. Ein Hexenmeister? Oder was ist da los? Das ist ein bisschen zu. P-Priester. Den will ich auch noch mal testen. Den P-Priester. Äh. Schattenpriester. der soll auch ja richtig nice sein aber später irgendwann prob ich ihn auch noch mal aus da komme ich nicht rein, da komme ich rein, alles klar ich bin da, ja, mich auch ja, bin ich Speis und Trank, fehlt noch so ein Tropfen Bachterzenhäppchen ja, mal gucken da ist schon mal nix dabei nö, ist nix doch da, wachterzenhäppchen haben wir das auch, hat noch der Sonnentropfen der ist wo, da unten nee bei zwei ach, in der Stadt? jo, machen wir natürlich denn das dann erst, ne gehen wir gleich erst in die Stadt und wir die Quest fertig haben ach, der ist oben irgendwo da, kann ich rauf komm her ja, ich wiederhole dort, ne ach, ist noch einer ja, ich wiederhole dort, ne ja, schön für die Sonne lass die Sonne mal leiten ähm, was haben wir hier eigentlich alles? natürlich ist hier kein Flugpunkt, natürlich nicht, warum auch? oh, wir gehen mal ab in die Norden, in die Stadt gestern, also für euch, vorgestern kam mir in den Nachrichten Donald Chopin, seine Frau ist auch mit Covid-19 erkrankt und er gehört dazu der Risikogruppe und darf gespannt sein aber er hat es auch irgendwie den Richtigen getroffen der auch sehr lange ohne Mundschutz umgegangen ist der Trick jetzt aber immer Mundschutz Nase-Mundschutz weil er das zu lange zu verharmlost der Trump naja ich bin nur gespannt wie die Wahl ausgeht ist ja auch Anfang November glaube ich ist die ne also in ca. 4 Wochen so wo muss ich hin da in 1 ja Moment wird auch im Vorfeld schon gemeckert ja die Wahl wird manipuliert sein und alles die FBI hat kontrolliert und gesagt nein ist nicht in großem Maße wird da nichts manipuliert abwarten ach ja das ist immer so ein Thema der Corona-Präsident soo soo hier müsste doch jetzt ein Händler sein was ich einen Sonnentropfen kaufen kann meinen Spritosenhändler der bestimmt äh besser Sonnentropfen da fertig die Quest fertig so wieder zurück äh hier genau ich geh mal rechts versammeln so ich will ab und zwar auch links aber ich geh dann doch immer rechts links irgendwie ein bisschen dann muss es bedeuten, dass man rechts geht und nicht links aber irgendwie, ich will immer rechts lang auch wenn ich mal links lang gehe gefällt mir irgendwie nicht ist irgendwie ein bisschen komisch dann würde ich doch lieber rechts lang mh egal in circa drei Wochen kommt ja Shadowlands da bin ich mal gespannt soo ja geh mal dahin genau äh ne ist das anders äh ich glaube ich das ne ich glaube ich weiß schon was das ist da da ich bin da Ach, die müssen um diese langen Wege zu laufen, Mann, 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 Mann. Ah, Priester? Priester. Irgendwann würde ich auch mal einen Schattenpriester machen. Im Moment bin ich gerade dabei, die meisten Lehren so weit fertig zu machen. Dort noch einiges, bis ich das fertig habe, dort noch einiges. Aber irgendwann muss man ja mit anfangen, ne? Ein Bereich war, glaube ich, östliche Königreich, habe ich schon fertig. Und plötzlich bin ich dabei, Kalimdor zu machen. Und auch nur drei Gebiete, habe ich das auch schon fertig. Alles läuft. Ja, schön für dich. Ah ja, der Turm. Der Turm. Für den Sonnenbrunnen. Okay, da gehen wir, genau da, gehen wir das nächste Mal hoch. Kommen wir da oben hin, da und da und so. Nochmal bis in der nächsten Folge von B.O.B. Bis dahin, tschö mit Öl. Und die das mal auf einmal vom NDR zu erkunden hat. これ Anlass und Siehst du nicht so gut darauf rationalisiert. ungef listeners jump implicated. Dann geht es um aus der Bl empir. Sons im Lockerari. Schそれで nehm. Immer mehr administrationen. Vielen Dank.